Wie heißt du? Ich bin der Franzi. Okay, und du kommst aus Graz? Aus Graz, ja. Und was machst du für eine Sportart? Stockschießen. Und wie läuft es bis jetzt? Gut? Gut, ja. Wirklich? Ich habe zweimal einen Neunertreffen, zweimal einen Ochtetreffen und zweimal einen Seemertreffen. Wow, voll cool. Und wie macht es dir sonst Spaß? Ja, super. Die Massage war toll. Ja, die Massage war auch toll. Ja, super. Und mittags viel. Das freut mich. Dankeschön. Dankeschön.